Wir haben die Champions League gewonnen und wollen die dann im Trikot und im Anzug auch zusammen gewinnen, wenn es möglich ist. Ich glaube, der Austausch ist perfekt. Oli war ja früher sehr ehrgeizig, wollte immer gewinnen und jetzt in den Gesprächen ist das sehr angenehm, muss ich sagen. Macht riesen Spaß, aber die Kommunikation ist sehr, sehr gut und wir werden, kann ich zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass wir sehr gut miteinander harmonieren und arbeiten werden. Er wird natürlich jetzt überall ein bisschen reinschnuppern, wird sich einarbeiten, aber wird von mir immer informiert werden, wird mitarbeiten und da freue ich mich sehr.